Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno 1800 und ich bedanke mich mal wieder für alle eure hilfreichen Kommentare und zwar was diese Items angeht, denn ihr habt gesagt, pass auf, du kannst hier einfach das eingeben und dann sehen wir hier Zusatzwaren, Brandgefahr plus 150%, ähm, ne, Produktivität plus 40%, das ist nice, Brandgefahr plus 100%, dafür, ne, ne, das ist auch nicht so, also wenn, dann überhaupt das da. Und wo bekommt man das? Expedition, Aufgabe, Monument, prächtige Wissenschaftsausstellung, okay, Militärbelohnung, Forschungsinstitut. Ja, dieses Forschungsinstitut scheint ziemlich strong zu sein, das heißt, wir müssen wirklich langsam mal in die Richtung, aber ja, wir haben sie jetzt erstmal so gelöst und es soll wohl noch eine Richtlinie geben, die hier den Radius noch weiter erhöht, aber das haben wir wahrscheinlich noch nicht. Ähm, ah, da, plus 15 Reichweite für, oh, aber muss dafür, ne, 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 die Attraktivität muss nicht hier so hoch sein, sondern die muss, die muss, äh, da wo der Palast ist, hoch sein, okay, das ist schon mal gut, 1.700 oder 2.000, boah, 2.700. Okay, das kriegen wir so schnell nicht hin, aber wir können es nochmal erweitern, das ist nice. Ähm, damit können wir potenziell die ein oder andere Geschichte hier noch verbessern. Zementmine. Und hier die Kupfermine, ja, 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 okay. Soweit, so gut. Auch hier gibt es wohl noch bessere Items oder noch andere, die ich, äh, ausrüsten könnte, wenn ich welche hätte. Aber wir können hier so viel mit Items machen, das ist der Wahnsinn. Ähm, ich würde aktuell noch nicht die Fabrik hier aktivieren, weil wir haben A, keine Perlen und B, möchte ich mal schauen, wie sich das Ganze auf den Lagerbestand hier auswirkt. Und mit diesen Autos ist das so krass, dass diese eine die ganzen Fabriken hier abdecken kann. Das ist das. So, Rohmaterial ist gar kein Thema, außer halt Kupfer. Da müssen wir gucken, ob das jetzt gereicht hat. Und Zwischenprodukte sieht Eisen erstmal gut aus, steigt auch weiterhin. Messing sieht gut aus, steigt auch weiter. Okay, also im Moment sehe ich hier relativ wenig Probleme, tatsächlich. Außer, der hat kein Glas. Uh, Glas. Okay. Können wir hier noch ein Quarzding? Nein. Okay, wie sieht es aus mit Quarz? Äh, Rohmaterial. Kein Quarz. Okay. Das heißt, wir brauchen hier mehr Quarzgruben. Also, machen wir das mal. Das ist ja suboptimal, ja tatsächlich, dass das da nicht vernünftig hinpasst. Weißen wir mal das Geschütz hier ab. Ich glaube, das brauchen wir nicht wirklich. So. Ich meine, wer ist aktuell noch eine großartige Gefahr? Die O'Mara? Naja, die hat ein bisschen was hat die schon, aber hält sich auch in Grenzen. So, der hat jetzt zwar theoretisch Strom, aber ich glaube nicht. Oh, doch. Ach, das ist einer von denen, die mit Strom mehr produzieren. Okay, dann haben wir hier noch einen mit 200% Effektivität. Das ist angenehm. Das ist sehr angenehm. Wir haben hier noch drei Schiffe übrig. Sehr gut. Ja, 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 ja. So gefällt mir das. Ähm, wir haben jetzt insgesamt 1, 2 im Grunde. Ja, ja. Dann haben wir jetzt im Grunde hier 2 quasi gebaut und hier noch 1. Also, plus 3 Quarz. Das sollte sich ja auch langsam auswirken. Schauen wir mal in die Statistik. Da müssten wir das hier sehen. Äh, Rohmaterial. Genau. Wir haben jetzt 4 mehr, als wir verarbeiten. und das bedeutet, wir können wo sind, wo ist Glas? Hier müsste auch Glas dabei sein. Genau. 2 Glashütten müssten wir dann bauen. Oder eine Glashütte mit Stromanschluss. Fehlende Waren, Glas. Ja, das passt perfekt eigentlich. So, weil wir bringen jetzt da Glas hin. Per Auto. Oder nicht. Warum ist da eine Kutsche? Was macht da die Kutsche? Das ist nicht euer Ernst, oder? Dass ihr da eine Kutsche hinschickt. Wir haben hier Elektrizität, meine Freunde. Ah ja, jetzt haben wir Autos. Okay, das hat ein bisschen gedauert. Das erste Mal eine Kutsche ablitzend Auto. Okay, 102. Gut, dann schauen wir nochmal rein in die Produktion. Und wir sehen, dass wir jetzt perfekt ausgeglichen sind. Sehr schön. Damit haben wir jetzt nochmal alle 15 Sekunden ein Glas. Und das sollte den dann auch zufrieden. stellen. Das ist ja eine Fensterproduktion für den lokalen Bedarf. Wobei die Fensterproduktion auch erstmal pausiert werden könnte, weil wir 600 Fenster haben. Ich glaube, dann können wir ein bisschen Glas ansparen. Wie sieht es denn hier mit der Versorgung aus? Von dem da zum Beispiel. Okay, Hochräder scheint teilweise noch ein bisschen kritisch zu sein. Und Uhren. Das können wir uns gleich eigentlich krallen. Gold. Okay. Wir können uns Sekt holen. Geben wir uns mehr Einfluss, wenn wir die zufriedener sind? Das ist möglich, oder? Ich bin mir nicht sicher. Aber wir haben ja hier ordentliche Produktion. Hierfür. Da haben wir wie viel Weinreben haben wir denn hier? Sechs pro Minute. Okay. Dann die Sektproduktion. Hier. der stellt zwei pro Minute her. Das heißt, drei von denen oder erstmal einer mit Stromanschluss. Einer mit Stromanschluss. Das sind dann quasi vier pro Minute. Man könnte meinen, das sollte erstmal reichen. wie sieht es hier aus mit Glas? Okay, wir haben eine Menge Quarzsand. Und Glas. Okay, wir haben auch eine Menge Glas. So, dann checken wir hier mal die Produktion. Okay, die kostet uns aktuell halt auch sehr viel. Die Weinreben hier. 188 pro. Okay. Das ist schon nicht ganz ohne. Aber die könnten auch Traktoren bekommen, was ja komplett overpowered ist. Wir kennen das. Dann könnten wir uns auf eine Seite Weinreben beschränken. Aber momentan ist das nicht das Problem. Die sind weit genug von der Stadt weg. Und das ist auch Landwirtschaft. Und Landwirtschaft hat ja keine negativen Auswirkungen. Unorte sind Ruinen. Okay, wir haben Ruinen hier. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Wo sind Ruinen? Wo ist was abgebrannt? Leute, wo ist was abgebrannt? Hä? Hä, wo sollen hier Ruinen sein? Oh, und uns fehlen schon wieder Handwerker. Warte, sind das ja Handwerker? Nee, das sind Handwerker. Man konnte es durch die Tose... So, wir müssen hier ein bisschen vorsichtig sein mit dem Upgraden. Weil sich hier im unteren Bereich dann doch tatsächlich ein leichter Mangel langsam breit macht. Weil die Häuser hier deutlich dichter besiedelt sind heißt die. Können wir die Unorte? Ich habe natürlich die Dinger hier gelöscht. Unorte, Ruinen. Nein, ich kann auch nicht anklicken. Wo soll ich hier in der Ruine sein? Das ist die Frage. Wo ist hier irgendwas abgefackelt? Das ist natürlich in der Tat nicht schön. Wenn hier irgendwas abfackelt. Hm. 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 Bisschen Wimmelbild spielen hier. Aber ich sehe nichts. Und ich sehe tatsächlich keine... Also wirklich keine einzige Ruine. Also entweder bin ich lost. Das ist durchaus möglich. Ihr wisst Bescheid. Oder irgendwas anderes ist da komisch. Oder damit ist irgendwas anderes gemeint. Umweltverschmutzung, Ölraffinerie. Ja, Schwerindustrie. Schwierig. Schwierig. Aber aktuell ist die Ölraffinerie eine gute Möglichkeit. Ach, da ist eine Ruine. Oh. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Die Ölraffinerie ist abgefackelt. Das ist natürlich schlecht. Wenn sie das für angebracht halten muss. Ja. Alles andere wäre nicht angebracht. Okay. Und damit sollte das weg sein. Perfekt. Dafür haben wir jetzt abgenommen mit minus 20 für die zweite Ölraffinerie. Ja, wir müssen mal gucken, ob wir irgendwann das Öl ranzchiffen. Aber sollte schon passen. Wie sieht es aus mit der Sektproduktion? Wie hoch war der Bedarf und wie hoch ist jetzt die... Okay, der Bedarf ist 3 und die Produktion ist 4. Das bedeutet, dass theoretisch die Leute hier... Warum wird nicht hin und wieder ein Bankett veranstaltet? Gut doch. Oder? Dann doch hier irgendwo ein... Hier. Ein Varité. Ist doch alles cool. Ähm... Okay, Brillen ist kritisch. Schauen wir mal. Brillen. Also Nähmaschinen haben wir geregelt. Brillen haben wir auch eine leichte Überproduktion. Boah, das ist... Brillen lohnt sich halt echt. Hochräder haben wir auch eine Überproduktion. Okay, den müssen wir gleich verlängern. Okay, Taschenuhren sind ein Problem. Taschenuhren sind ein Problem. Okay. Cool, wir müssen jetzt wieder ein paar neue machen. Hallo Willi. Ein Nicht-Angriffspakt. Jawohl, wir sind bei 100. Hallo Prinzessin. Ein Nicht-Angriffspakt. Hallo Anne. Ein Nicht-Angriffspakt. Ach nee, haben wir schon. Handelsrechte. Unmöglich. Nee. Hallo Love Fortune. Ein Nicht-Angriffspakt. Lassen Sie uns den Einsatz erlösen. Ja, nimm das Geld. Dies ist die Vermählung von Himmel. Ich verspüre Feindseligkeit. Das ist keine Feindseligkeit. Ich weiß nun genau, dass du meiner Politik mit allen Frieden zu haben, außer mit der O'Meara im Wege stehen könntest. Könnten wir ja... Wenn der Strang gut genug war für meinen Vater, dann ist er es auch für ihre Majestät. Ja. Wir warten mal mit dir noch ein bisschen, ob wir da ein wenig Angriffspakt noch rein machen. Erstmal hat sie uns ja eh nicht sonderlich viel entgegenzusetzen. Das muss man sagen. Wir haben ja in der alten Welt ordentlich aufgeräumt. Oh ja. Noch nicht ganz. Die Insel schnappen wir uns natürlich noch. Die Insel darf sie weiterhin behalten, denn das ist unsere Cash-Cow. Die meisten Leute haben ganz schön Respekt vor einem Magier. Wirst schon sehen. Äh... Hast du denn alles vergessen, was... Ach, Berlin. Voll nicht. Okay, also die KI cheatet auf jeden Fall. Es ist unmöglich für die Olle, dass sie das hier alles versorgen kann und diesen Gewinn hier machen. Das ist... Also in meinen Augen ist das unmöglich, weil wir haben sie halt aus der ganzen Welt vertrieben. Alleine, dass wir sie in der neuen Welt komplett vertrieben haben, dürfte alles einbrechen lassen. Also die KI cheatet auf jeden Fall. Was ich ein bisschen wack finde, ehrlich gesagt. Aber gut. Na, aber gut. Oh. Ah ne. Da haben wir schon eins reingelegt. Und da haben wir noch keine Finde. Okay, naja, der Zoo ist wenigstens ein bisschen besucht. Ist auch schön. Gut. Bierfest. Wo ist das Bierfest? Da. Wir haben genug Bier. Was ist denn das für ein Symbol? Ist das das offizielle Symbol der Biersäufer? Bier. Bier wollen. Bier. Bier wollen. Ne, das ist ja eine Feier. Das ist ja keine Demo. Wir haben Bier. Wir haben Bier. Ist das ein Traum? Kann ich da eigentlich irgendwas machen oder? Ups. Warum kann ich die? Also ich kann es da drüber haben, wann und die markieren, aber ich kann nicht anklicken. Schade. Ich hätte ihnen Geld gegeben. Ähm. Ja. Die Unterbringung ist vom Feinsten. Oh, so langsam haben wir hier ein bisschen, äh, wie soll ich sagen? So ein bisschen Akzeptanz. Ähm, Schokolade ist noch ein Problem. Dampfwagen sind ein Problem. Ich vermute mal, hier eine Menge Dampfwagen dann fahren, wenn wir die beliefern. Maybe. Ähm. Arbeiter sind die glanzlosen Drohnen Schmuck ist so 164 Begrüße. Wenn wir diese Stadt auf hohem Bogen in die Zukunft katapultieren. Alter Verwalter. Schmuck ist ja der Wahnsinn. Was bringt der richtig Kohle? Und Fotografen, die bringen auch nochmal ordentlich Kohle. Was bringt Schokolade? 32. Schmutz? 32. Boah, und Dampfwagen. Hoi, hoi. Okay. Okay, wir können da noch ordentlich Kohle machen. Mama mia. Ich meine, aktuell macht einer 500. Boah. Okay, nice. I like it. Ähm, die Frage ist, was wir vorher machen. Wo machen wir erst das? Ja doch, ich würde sagen, wir machen erst das. Ne? Eins nach dem anderen. Oder? Oh, oh. Ähm, ich bin gerade ernsthaft von dem Überlegen, ob wir uns erst weiter um die Leute kümmern. Oder? Wir erwidern deine Güte. Oh, danke schön. Oder, ob wir anfangen, unsere Armee zu bauen, um die O'Mara aus Afrika zu vertreiben. Ich glaube, es wäre mal wieder Zeit für ein bisschen Krieg, oder? Ich glaube, ja. Aber vorher kaufe ich der alten Schnäpfe noch die letzte Insel ab, die ich hier gelassen habe. die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Ja, das ist richtig. Nee. Nee, jetzt nicht mehr. Ach, will ich da? Ja, ich habe diese Insel gerade legal erworben. Ne? Ich habe die gerade legal erworben. Tja. Cancer's Hole. Ich habe gerade gelesen, Cancer's Hole ist wahrscheinlich der richtigere Begriff. Also, unser Einfluss ist gestiegen dadurch, dass wir die Insel... Wie viel Einfluss kostet uns eigentlich die Insel? Okay, aber wir würden kaum was zurück kriegen. Was hat das jetzt nochmal hier geändert? Ah, ja. Verstehe. Minus fünf, natürlich. Ja, ja, das ist aber völlig egal. Okay, passt auf. Oh, wir haben die 100 Millionen überschritten sich gerade. Kapp. Wir müssen jetzt ein bisschen Stoff geben. Also, die Handelsschiffe schicken wir mal darüber. Also, wie viel kostet uns jetzt ein Schlachtkreuzer? 60 Stahl, okay, 25 schwere Kanonen. Wie viel haben wir? 119, nice. Ähm, 20 Dampfmaschinen. Außerdem 12 Einfluss und 850 Unterhalt. Das heißt, wir bauen mal so 1, 2, 3, 4, 4. Und dann sind die schweren Kanonen am Ende. Okay. Aber nicht so. Jetzt ist die Frage, wie wie viele Schlachtkreuzer bauen wir, um ins Kap zu fahren? Also, die hat da ja wahrscheinlich, also, die hat jetzt, sie kann nicht mehr so viel haben. Also, wenn wir uns das hier anschauen, wenn wir uns das hier anschauen, davon ist locker die Hälfte nur durch Verteidigungs Geschütze. Das heißt, sie kann nicht mehr viel haben. Vielleicht ich würde ich würde mal sagen, maximal 8 Kriegsschiffe. Wahrscheinlich ist das noch zu hoch gegriffen. Das heißt, wie viele Schlachtkreuzer müssten wir bauen, um im schlimmsten Fall 8 Linienschiffe wegzuholzen? Die Linienschiffe machen mehr Damage. aber also mehr Damage pro Sekunde, mehr DPS. Aber wir haben mehr Health und wir haben eine höhere Reichweite. Und wir sind schneller und könnten gegen den Wind immer abhauen. Nee, es ist 12.000 für 12.000 da bücke ich mich jetzt nicht mal mehr. Ich denke mal, wenn wir so ich denke mal 8 Schlachtkreuzer wäre eine akzeptable Flotte, um rüber zu fahren, oder? Ah ja, genau. Ich meine, wir können natürlich auch die Inseln einfach kaufen, aber das macht Willi gerade schon. Alter, Willi zerberstet die hier ja komplett und hier die Oh scheiße. Jo Mara ist komplett am Arsch. Ja, das ist schön. Das ist schön. Schadenfreude ist doch die größte Freude, oder? Wenn jemand so mies war. Gut, dann können wir mal gucken, wie sieht's aus mit Schmuck in Crown Falls. Ist der Bedarf an Schmuck 3? Ui. Okay. 3. Und eine Schmuckfabrik. Braucht natürlich Perlen, ist klar. Perlen müssen wir aus der neuen Welt importieren. Und Gold ist klar, müssen wir aus der Axt importieren. 30 Sekunden, also wir wollten 2 Gold schmelzen. Was wären dann 4 Gold Überschuss? So viel haben wir wahrscheinlich nicht. Also 4 Gold und wie viele Perlen? 4 Gold und Perlen werden nur 1, also 4 Perlen natürlich, aber Perlen werden nur alle 1 Minute 30 hergestellt. Okay. Das ist natürlich Kritiker. Schade, dass wir es hier nicht bauen können und dann mit dem Hafengebäude die Fruchtbarkeit erzeugen, aber das wäre wahrscheinlich zu OP. Aber ist egal, wir haben aus der neuen Welt eine Transportroute hierher. Das ist schon okay. Apropos Transportroute aus der neuen Welt. Ich wollte mal was ausprobieren. Und zwar haben wir diese Route hier. Auf der aktuell die beiden Schiffe sind. So, und die kriegen jetzt nur noch zwei. Jetzt senkt euch. Aber jetzt passt er auf. Victoria, Condor und Muschus-Ochse. Victoria, Condor und Muschus-Ochse. Na, wir warten jetzt nochmal, bis die ein bisschen losgefahren sind und fügen Muschus-Ochse nachher noch dazu, damit sich die so ein bisschen besser verteilen. Die beiden zusammen ist jetzt nicht optimal. Dann haben wir nämlich eine Menge Schiffe da und können auch viele unterschiedliche Sachen, wie zum Beispiel Perlen hierher transportieren. So, und jetzt ist die Frage und probably auch noch Gold. Okay, wir haben eine Produktion von fünf Gold und einen Verbrauch von drei. Das heißt, wir haben plus zwei Gold. Das ist nicht schlecht, aber das ist viel zu wenig. Alle Inseln auf der Welt, die uns gehören. produzieren wir wie viel Gold Erz? Ähm, vier. Das ist jetzt nicht so viel tatsächlich. Also, wir müssen auch mehr Gold ranschaffen. Okay. Okay, wir müssen mehr Gold ranschaffen. Was brauchen denn noch Gold? Ähm, Messing. Ach ja, und wir brauchen die Typen, die in den Kommentaren angesprochen wurden, die einmal, aber die sind wahrscheinlich legendär und dafür müssen, die kriegen wir wahrscheinlich noch nicht. Ähm, dafür brauchen wir dann das Forschungszentrum am besten. die in der wie war das? Die in der Uhrenwerkstatt Goldringe nebenbei produzieren und in der Goldringe Werkstatt nebenbei noch Uhren. Also, ziemlich crazy, aber nice. Und das muss alles hier auch noch ein bisschen rein. Das heißt, wir müssen diese Hochöfen verlegen, damit die im Radius von dieser Handelskammer sind, weil die Hochöfen wir hier nichts von haben. Klingt gut. So, und jetzt gehe ich nochmal auf Routen. Genau, diese Route. Und jetzt kommt Moschus Ochse noch dazu. Wenn ich ihn finde. Wo ist der eigentlich? Der hat auch guten Stuff dabei. Ah, da. Gut, jetzt haben wir hier fünf Schiffe auf dieser Route. Und davon ist gerade keins hier. Interessant. Aber hier sind ein paar. Hier werden gerade zwei überführt. Okay, die sind jetzt in der neuen Welt. Und hier kommen jetzt dann Unstiegs. Was? Was? Ein Aufstand? Was? Was? Was ist euer scheiß Problem? Dass ihr keine schöne Straße habt vielleicht? Maybe. Das sind doch keine mageren Seiten. Okay, Kapelle ist jetzt schwierig. Aber bitte. Also, also, wir haben halt hier keine Cops, die wir jetzt aufklären können. und so. Ich wüsste auch nicht, wo wir jetzt hinbauen, so in die Cops. Als ob die einfach hier einen Aufstand machen. Was fällt denen eigentlich ein? Was kommt als nächstes? Wollen sie jetzt nächstes noch eine Gewerkschaft gründen? Oder wie? Ja, ich wie hoch ist die Aufstandsrate hier? Aufstand in der Umgebung ist natürlich schlecht. Ja, richtig. Also, ich wüsste nicht. Also, weiß ich nicht. Wir sitzen das jetzt einfach aus. Wir können das sicher aussitzen. Man soll ihre Häuser abreißen. Diese Linksextremisten, weg mit denen. Wir sind hier für die rechtschaffenden Bürger. Mit Kapital. Die Leute ohne Kapital interessieren uns natürlich nicht. Das ist ja klar. Ja, also, wir müssen für mehr Gold sorgen. Aber ich glaube, unsere Er... Oih! Die Straßen sind wieder sicher. Das sind dicke Kanonen naja. Das wird sehr schön. Ich glaube, das wird sehr sehr schön. Ich glaube, ich kann jetzt noch eins in Auftrag geben. Und selbst jetzt fehlt wieder nur ein weiterer. Ich denke, mit acht Schlacht Kreuzern da geht was. Ich meine, wir könnten auch noch so einen Monitor bauen. Ein paar so just for fun. Wir könnten wirklich noch so acht Schlacht Kreuzer und vielleicht zwei oder vier Monitore bauen. Geht dann einfach so ein bisschen als Kanonenfutter vorfahren. 4, 5, 6 haben wir. Okay. Es geht voran. Es geht voran. Ich würde sagen, das war es soweit für diese Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. efter week i siek se ну die ane roh